Komm, du schaffst das! Irgendwas blinkt da, ne? Ja, ich weiß, die Kassette musste gleich leer sein. Das merkt man, was die Kassel ist. Scheiße! War doch gut. Ja, ich sag ja, weil ich es ein bisschen spät drin war. Jetzt will ich jetzt zäh Zahnkontakt. Oh, das geht aber zügig. Jetzt bin ich auch wieder ausgeschmückt. Jetzt vai ich so gar an den römischen Zahnkontakt. Weißt du, ich hab nicht mehr rechnen. Aber wir habt nicht mehr расprontert. So, das ist cool, wenn man nicht kommentiert ist. So, das ist cool, wenn man nicht kommentiert ist. Wobei das Halten ist halt auch echt schwer, wenn das Leichtgewicht so schwer ist. So, das ist gut, wenn man nicht kommentiert ist. So, das ist gut, wenn man nicht kommentiert ist. So, das ist gut, wenn man nicht kommentiert ist. So, das ist gut, wenn man nicht kommentiert ist.